Ich bin müde, antriebslos, schwach, körperlich schwach, geistig schwach. Denk mir, es könnte eine Grippe werden, ein grippaler Infekt, aber es fühlt sich irgendwie anders an. Dann bemerke ich einen Schmerz, einen seltsamen, ziehenden, stechenden Schmerz. Um Gottes Willen, irgendwas mit dem Herzen kündigt sich da ein Herzinfarkt an? Oder ist es was mit der Brust, war ich das letzte Mal bei der Mammographie? Eine Hoffnungslosigkeit, bilde mir das ein, bin ich einfach überarbeitet? Zu welchem Arzt soll ich jetzt gehen? Die Idee, dass das eine Gürtelrose sein könnte, kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Hat nicht aktiv bin, wie es war ich wozu. Was hat nicht ihre Sohn und die Wege? Das ist ganz wichtig? Es ist richtig. Der Besuch ist gut. Ich bin nur sehr und lange, was hat wenn ich dann läge, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.